Hey Leute, willkommen zurück. Die einen mögen mich schon kennen, die anderen vielleicht noch nicht. Mein Name ist Patrick und das hier ist Bricks Just For Me. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Video dazu gemacht, wie man aus diesen wunderschönen Riberrahmen, die es bei Ikea für kleines Geld zu kaufen gibt, sich einen Platz für seine eigene Minifiguren-Kollektion bastelt, den man dann zu Hause an die Wand hängen kann. In der Zwischenzeit, das Ganze ist ja nun auch schon etwas mehr als ein Jahr her, habe ich sehr, sehr viele Anfragen bekommen, was man denn nun machen soll, wenn man handwerklich nicht ganz so begabt ist. Und genau dafür möchte ich euch heute eine Lösung vorstellen. Das Ganze nennt sich Figur World 24 und die machen etwas, was sich Inlay nennt. Dieses Inlay legt man quasi in diesen Minifiguren-Rahmen selbst und muss dann selber nichts mehr kleben, ausmessen oder sonst irgendwas. Man hat einfach die Möglichkeit, es handelt sich dabei um eine Plexiglasscheibe, die einfach in diesen Minifiguren-Rahmen reinzulegen und daran dann seine Minifiguren zu befestigen. Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, mir mal so einen Inlay dort zu bestellen, einfach weil die ziemlich cool sind und man nicht mehr irgendwas kleben oder ausmessen muss und das für mich einfach auch deutlich weniger Arbeit ist, mir solch einen Minifiguren-Rahmen dann auch mal an die Wand zu hängen, bis dann vor ein paar Tagen tatsächlich Figur World auf mich zugekommen ist und gefragt hat, sag mal, hast du nicht Lust, mal ein Video für uns zu machen? Deswegen ganz am Anfang hier der wichtige Disclaimer. Dieses Video ist gesponsert von Figur World 24 und denen möchte ich auch ganz, ganz herzlich danken, dass sie mir das hier ermöglichen, also dass ich mir mal die Produkte etwas genauer anschauen kann. Für euch aber dann auch ganz wichtig, der Fakt, dass dieses Video gesponsert ist, hat absolut keinen Einfluss auf meine persönliche Meinung. Wenn ich irgendwie unzufrieden mit diesem Produkt bin, dann werde ich euch das auch so mitteilen. In dem Fall würde ich sagen, wir packen einfach mal diese wunderschönen Rahmen zur Seite. Das ist ja unser Selbstbauexperiment. Schaut euch das Video übrigens auch gerne an. Und dann habe ich hier einen großen, großen Kasten zugesendet bekommen, den ich jetzt einfach mal öffnen werde. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch den größten Rahmen hier bestellt. Ich habe hier den 50x50 Ribber, sowie als auch einen Santa Hat, auf den wir gleich noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Deswegen ist mein Paket etwas größer als die normalen Pakete bei Figur World. Ja, ich habe schon mal die kleinen Steinchen hier. Die werden wir gleich in dem Rahmen befestigen können. Und, aha, da sind sie. So, nun aber zum wunderbarsten Part. Wir haben hier die Inlays. Die sind so ein bisschen mit Paketband an einer Pappe festgeklebt. Das heißt, die ganz, ganz vorsichtig hier einmal durchtrennen, weil das ist natürlich immer noch Plexiglas. Und da müssen wir trotzdem ein bisschen vorsichtig mit sein. Das Tape ist jetzt nicht allzu schwer abzubekommen übrigens. Das ist einfach nur so ein normales Paket-Tape. Hier haben wir übrigens die erste der beiden wunderschönen Rahmen. Ihr seht schon, wie das Ganze aufgebaut ist. Das heißt, wir haben eine Plexiglasscheibe mit so ein paar Löchern drin. Diese Löcher haben verschiedene, also haben Muster, wo wir dann im Endeffekt unsere Steine reinklicken können, die hier auch dann mit in diesem Angebot enthalten sind. Nicht wundern übrigens über die blaue Farbe. Die blaue Farbe ist so eine Schutzfolie, die man dann im Endeffekt, bevor man es in diesen Rahmen reinlegt, nochmal entfernen kann. Ich hätte das Warnschild etwas genauer durchlesen sollen. Ihr müsst dringend die Schutzfolien beidseitig entfernen, bevor ihr die Plättchen ranmacht. Das habe ich leider ein bisschen irgendwie übersehen. Ja, das war dämlich. Und nun mal eben zum Sunderhead-Rahmen. Dieser Sunderhead-Rahmen ist ein bisschen größer als die Ribberrahmen, die wir sonst so kennen. Dieser Ribberrahmen hat Platz für ein 23x23 Bild oder zumindest für eine Platte in der Größe. Und dieser hier ist 25x25 und ein bisschen dicker nach vorne. Ihr könnt das sehen. Der ist so ein bisschen, ja, doch recht groß nach vorne hin. Der hat so ein bisschen Überstand, wie man das hier sieht. Das hat ein paar Vorteile. Zum einen haben wir natürlich zu den Seiten und nach oben hin viel mehr Platz. Das heißt, wir haben deutlich mehr Platz für Minifiguren. Das heißt, vielleicht passen hier sogar mehr als meine, ich weiß gar nicht, wie viel hatte ich maximal reingekriegt. Ich glaube, 20 oder so oder 18. Nee, 20 hatte ich, glaube ich, maximal hier in diesen Ribberrahmen reinbekommen. Und in dem hier passen wahrscheinlich mehr. Ich muss das nochmal ausrechnen, aber da passt vielleicht nochmal eine Minifigur mehr zur Seite hin, weil einfach mehr Platz zu den Seiten ist. Der zweite riesig, riesig große Vorteil ist, dass wir deutlich mehr Platz nach vorne haben. Das heißt, es finden nicht nur Minifiguren Platz, die wir hier auch schon reinbekommen haben, sondern vielleicht auch mal größere und vor allem dickere Minifiguren. Und darauf habe ich sehr, sehr lange gewartet. Nämlich manche Figuren, das habe ich damals schon gehabt, das Problem, dass hier Figuren nicht reingepasst haben. Und zwar einfach, weil dieser Rahmen zum Plexiglas hin viel zu wenig Platz hatte. Und das ist etwas, was hiermit sehr, sehr einfach gelöst wurde oder gelöst werden kann. An dieser Stelle muss ich auch noch sagen, die Ribber-Serie wird beendet von Ikea. Und zwar nicht komplett, sondern sie haben ihre weißen und schwarzen Rahmen, die ich ja so geliebt habe bisher, haben sie durch Bambus und noch ein anderes Holz-ähnliches ersetzt. Das heißt, weiße und schwarze Rahmen gibt es gar nicht mehr von Ikea, von diesen Ribbers. Diese gibt es jetzt allerdings von Sunnah Head. Das heißt, wenn ihr diese Minifiguren-Rahmen tatsächlich haben wollt und auch noch keinen Rahmen habt, den Ribber hier zum Beispiel, dann solltet ihr, wie ich finde, zumindest auf den Sunnah Head zugreifen, weil der ist erstens günstig bei Ikea noch zu haben und zweitens hat er deutliche Vorteile über dem Ribber, die ich ja eben vorgestellt habe. Oh, ist das wunderbar. Oh mein Gott. An dieser Stelle aber trotzdem Vorsicht, diese Plexiglasscheiben, die verzeihen nichts. Das heißt, einmal zu oft mit dem Finger hier rauf gepatscht oder genau in die Mitte. Ich sehe das hier schon von meinem Standpunkt aus, ihr vielleicht nicht, aber man sieht alles. Man sieht jeden einzelnen Fingerabdruck und jedes Staubkorn da drauf. Das heißt, damit ein bisschen vorsichtig sein. So, ich bin jetzt soweit. Ich habe vorne das Plexiglas drin, den Zwischenhalter und nun auch den Sunnah Head Minifigurenhalter. Das heißt, ihr könnt mich immer noch sehen. Wollt ihr vielleicht gar nicht. Aber dahinter kann jetzt tatsächlich irgendeine Art von Hintergrund. Die müsstet ihr selber euch zuschneiden. Es gibt ja Patton zum Beispiel in der Größe, die man dann da hinten reinpacken kann in jedweder Art und jedweder Farbe. Ich habe natürlich keine und deswegen nehme ich jetzt einfach meinen Holzhintergrund und mache das da. Ich habe mich auf den 50x50 Rahmen vorbereitet und habe natürlich völlig vergessen, dass ich auch einen Hintergrund für den Kleinen hier brauche. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal hier das rein. Passt auch. Also ganz, ganz wunderbar. Einfach die Schnapper wieder zu und wir können mal gucken. Da haben wir jetzt so einen wunderbaren Holzlook gleich. Also könnt ihr, falls ihr keinen Hintergrund zu Hause habt und auch keine Zeit habt, irgendetwas zu machen, belasst es einfach bei dem Holzhintergrund. Das sieht nämlich auch gar nicht so schlecht aus. Ich habe jetzt 16 Minifiguren rausgesucht und werde die jetzt einfach mal an der Plexiglasscheibe befestigen. Ich bin so gespannt, wie das aussieht. Wenn ihr eine Minifigur habt, wie zum Beispiel R2-D2 oder jemanden, der ein Beinteil hat, so als Kleid zum Beispiel, könnt ihr einfach eine Platte nehmen. Das heißt, eine 2x4 Platte bei R2-D2 jetzt einfach unter ihnen quasi bauen und diese dann zwischen die Noppen von diesen 2x2 Platten stecken. Das funktioniert tiptop und man sieht es eigentlich quasi gar nicht. So, und hier sind meine wunderbaren alten Vintage-Figuren nun in einem echt coolen Ribberrahmen. Ich muss sagen, das Braun hier im Hintergrund ist tatsächlich gar nicht so schlecht für diese alten Vintage-Figuren. Ich kann das hier mal hinstellen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich werde natürlich dann im Endeffekt trotzdem noch mal irgendwie versuchen, so eine Pappe zu kriegen in der Größe, die einfach in weiß ist. Die sind nicht allzu teuer. Ich glaube, einen Euro oder so 99 Cent kostet so ein Ding. Einfach mal zuschneiden und dann kann man sich das schön hier in den Hintergrund packen. Ich finde, dieser Rahmen ist wunderbar gelungen. Ich bin gespannt, was für Figuren ihr da reinpackt oder ob da eine Minifiguren-Serie dann ihren Platz findet. Ich auf jeden Fall bin jetzt super gespannt, wenn das hier schon cool aussieht. Wie cool sieht erst der riesige Rahmen aus? Diesmal muss ich übrigens sagen, ich habe mir vorbereitet meine wunderschönen Blätter hier. Ihr seht, in weiß und schwarz habe ich die Möglichkeit, mich gleich noch mal zu entscheiden, welche Farbe ich denn letztendlich wählen möchte. Und die sind in 50x50. Die gab es in 50x70, glaube ich, zu kaufen, habe ich so ein Stück abgeschnitten und jetzt passen die genau in diesen Rahmen. Ich zeige euch gleich das Endergebnis. Ich bin so gespannt. Ihr bestimmt auch. Hier ist das. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Ich habe mich für meine Herr der Ringe Figuren-Sammlung entschieden und gedacht, die sieht hier bestimmt ziemlich, ziemlich cool aus und ich hatte recht. Hier sind noch ein paar Plätzchen frei, das heißt, da kann ich dann tatsächlich auch nachlegen, wenn ich mir noch mal ein oder zwei Sets kaufen sollte. Eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen, gerade bei dieser großen Anzahl an Figuren, die ich gerade befestigt habe. Die Figurenplatten, diese 2x2 Platten in Transparent, sitzen nicht zu 100% fest da drin. Das liegt nicht an den Platten selbst, sondern an diesen Halterungen. Die lassen sich so ein bisschen drehen da drin. Das ist nicht schlimm in irgendeiner Art. Man kann die ja gerade ausrichten. Man muss nur darauf achten, dass die halt auch wirklich komplett gerade ausgerichtet sind. Wenn ihr diese transparenten Roundplates nicht mit einbauen wollt, weil ihr denkt so, okay, ist nicht Original-Lego. Es passen auch Original-Lego 2x2 Roundplates. Die gibt es dann eben nicht in diesen transparenten Farben, sondern da müsst ihr halt dann in dem Fall schwarz nehmen oder sowas. So, liebe Leute, ich bin absolut zufrieden. Ich bin total fertig mit dem, was hier gerade vor mir steht. Diese Rahmen sind absolut fantastisch und ich bin ein riesiger Fan von diesen Plexiglas-Hintergründen und ich weiß definitiv, dass gerade für diese Thunderhead, weil die ja jetzt auch neu draußen sind und vor allem, weil sie etwas dicker sind als die anderen Rahmen, dass ich mir da noch ein paar Rahmen und vor allem auch von diesen Inlays, welche besorgen werde, einfach weil die total genial sind. Okay, ich würde sagen, das war es hier mit dieser Vorstellung von den Figuren-Rahmen-Inlays von Figur World. Und falls ihr Interesse habt und euch die mal anschauen wollt oder einfach mal euch inspirieren lassen möchtet von der Website, was die da an Vorschlägen oder an anderen Produkten noch anbieten, dann schaut gerne auf den ersten Link in der Infobox oder also in der Videobeschreibung. Da habe ich die Seite auch noch mal verlinkt. Dann könnt ihr euch das einfach mal anschauen und einfach mal schauen, was die so anbieten, weil die haben echt, echt coole Sachen und ich weiß, dass ich persönlich da auch noch einige Sachen gefunden habe, an die ich so meine Augen geheftet habe, weil da ziemlich coole Sachen da vorbei sind und ich glaube, dass ich hier so das ein oder andere auch noch mal vorstellen werde. Gut, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.